Also ihr untersucht x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5 und so weiter. Und das kann man in Georgiebra schön eingeben. Die Parabel kennt man, x² bei hoch 3. Schaut schon, genau das machen wir mal weg. Hoch 3 schaut so aus. Minus 1 hoch 3 ist minus 1. Und hoch 4 schaut eigentlich gar nicht so viel anders aus wie die Parabel, wenn man die übereinander legt. 1, 1, minus 1, plus 1 sind gleich. Und die x hoch 5 ist auch wieder ähnlich. Die rote wählt die hoch 3 Funktion. Bisschen andere Formen. Und so soll man da spielen. X hoch 6, x hoch 7 eingeben.